Hey Leute, willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, wir sind am Two Whales Diner und sollen uns hier mit Chloe treffen. Wollen wir nochmal gucken, dass wir uns hier noch ein bisschen umsehen, bevor wir das machen. Denn, äh, ich möchte gerne noch alles mitnehmen, was geht. Unter anderem die Fotos, die man hier noch machen muss. Okay, wenn das mal wieder frau. Was ist Lotterie los? Nobody steals my Lotterie-Ticket. Hey. Ja, der ist grad weggefahren. Wie nett die miteinander sind. Die kennen sich nicht und reden trotzdem so. Okay, guckt euch mal dieses Nummernschild an. Wenn man da die Vokale rauslässt, heißt es The Killing. Oder wenn man die Vokale reinpackt. Das Töten. Das ist aber kein schönes Nummernschild, du. Ist bei den anderen sowas? Grinch Head? Nee. Grind. Ha-Hog-Hoggedy... Ach, keine Ahnung. Und hier? Donner Dark, vielleicht? Sollen das irgendwie die Entwickler mit eingebaut sein, oder was? The Fac... Faculty, vielleicht? Nee. Ich find das aber lustig, dass die hier nochmal so Dinger drin haben. Oh, North? Nee. Not here. Red. Keine Ahnung. Save Our City. Aber das ist per Glücksgrad hier. Ist ja furchtbar. Flyer. Schau an all diese Flyers. Es ist so schade, dass niemand sie lesen kann. Restore the lifeblood of Arcadia Bay. Save Our Bay. In the man-made drought in the bay. Ja, wahrscheinlich geht's darum, dass sie eben die Wale aus ihrem natürlichen Territorium verschrecken irgendwie. Er sieht aus wie eine Foto des klassischen Arcadia Bay. Krusty-Fisherman. Good morning. It might be all the time we've got left. Ich will auch nicht rein gehen. Ach hier, Achtung. Foto. Sehr cool. So, wo haben wir es denn? Oh, Processor. Ein neues Achievement. Da haben wir es. Yay. Was haben wir hier Neues? Tuesday. Ja, bevor ich den Bus genommen habe, um Chloe zu treffen, habe ich Nathan mit David reden sehen und das hat mich sehr nervös gemacht. Äh, ja. Ach so. Andererseits hatte ich ein sehr schönes, mit Musik gefülltes, eine Musik gefüllte Fahrt zum Two Whales Diner gehabt. Äh, wenn man davon redet, zurück in der Zeit zu gehen. Ich habe das Diner schon fünf Jahre lang nicht gesehen, aber es sieht ganz genauso aus wie damals. Obwohl jetzt viel weniger Fischer hier drin sind, als damals, als wir Kinder waren. Chloe und ich hatten die, was ist das, Best Backdrop? Ach so, wir hatten den besten Hintergrund, um Piraten zu spielen. Alte Schiffe und ein großer Ozean. Oh. Ja, die waren ja mal hier ganz schön aktiv, die Kinnies. Die Mädels damals. Ja, komm, Chloe kann warten jetzt. Ich will mich mal umgucken hier. Ich will mich mal umgucken hier. Ja, wahrscheinlich nicht. Schnee? Well, das ist ein guter Start zu der Geschichte. Ja, also die Wetterleute wissen nicht, was los ist, warum der Schnee hier in Arcadia Bay eingefallen ist. Das wissen wir ja selbst noch nicht. Oh. Ein Bärber. Eine Bärberin. Hallo. Oh, look at you. Ein guter Beispiel von Jugend. Ich bin sicher, dass du ein Studenten senior bist. Ja, ich gehe zu Blackwell Academy. Ich kann sagen, dass du eine wunderschön, junge Frau bist. Ich weiß alles über Blackwell. Und diese Stadt. Ich bin sicher, dass du auf die Prescott-Familie hast. Das ganze Familie ist leer. Ich bin sicher, dass du auf die Stadt verletztest. Ich bin sicher, dass du auf die Stadt verletztest. Ich kann nicht sein, aber Arcadia Bay ist immer mein Haus. Du musst wissen, Joyce Price aus der Two Whales Diner. Sie hat mich mehr als meine eigene Familie gegründet. Ich habe eine Frau von deinem Alter, die immer in der Probleme ist. Mariert zu einer realen Prick. Ihr Name ist David Madsen. Er hat mich gesagt, dass ich eine Arbeit habe, als ich. Ich weiß nicht, was Joyce sieht in ihm, aber er hat mich besser als ein Rat. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was auf den Nummernschildern steht, dann sagt es. Ich habe jetzt keine Lust, hier die Vokale zu ordnen. Okay. Dann können wir doch langsam ins Diner gehen, oder? Was fehlt denn jetzt hier noch? Der Donut, die 142, das Reh, die Person am Fenster, ja, chemische Gläser, ich weiß nicht, das ist jetzt keine Petri. Wie nennt man die? Elmeyer-Kolben? Ach, keine Ahnung. Äh, ein Startschuss, Firewalk with me und ein Knochen. Wahrscheinlich habe ich schon wieder was verpasst, ne? Sag es mir doch, sag es mir doch. Oga, du hast was verpasst. Ach. Ich kann echt nur auf dieser kleinen Straße laufen, von daher macht das keinen Unterschied. Komm, ich gehe mal rein, oder? Ich habe jetzt hier alles durchsucht. Habe ich? Habe ich das? Warte mal, das ist doch ein Hund, der hat doch bestimmt hier irgendwo am Knochen liegen. Undi. No, Barki, Barki. Sag das zum Hund. No, Barki, Barki. Undi. Ne, das können wir gleich wieder skippen. Na gut, dann haben wir jetzt alles. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen zu viel Zeit hier verplempert. Aber das macht nichts, Leute. Ich genieße das. Ich gucke mir alles an. Ihr wollt das ja auch. So. Geh mal rennen. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Some of that brings back memories. Chloe and I loved the parade. Ich finde es hier super. Ich mag diese alten Diner, Leute. Good Lord. Talk about apocalyptic. Okay, welcome to Penn Estates. Prescott Development invites you to live within these woods. Affordable luxury homes, forest, ocean and lighthouse. Edelhäuser, Entschuldigung. Coming soon to change the way you live. Ja, das sind eben Edelhäuser für Leute, die sich's leisten können. Auch wenn da steht, die sind leist... Guck mal, Bauarbeiterdekolleté. Die kann man sich gut leisten, aber ich glaube das nicht. Ist das... War das Chloe? Ne. Chloe, wo ist sie denn? Dude. Hey, dude. No, that guy looks unpleasant. What do you want? I feel like shit. Too much beer. So spare me, please. Just let me suffer quietly. Klingt doch der halbe Arsch raus. That officer looks nicer than wannabe-Cop David Madsen. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Oh. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Whales. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. Hmm. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. He, not everybody can be a cop. No super. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our... Our mother. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Pfff. Poor Joyce. Just her, she even just got busted with pot in her room. Oh, ha. Uh, who told you that? I didn't hear it on the police scan. Joyce said that we belong to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe. Or else. I'm just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Okay. A trucker. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over an hour. Non, non, non. Riesenburger ist der gerade. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Uh, hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Okay. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for three years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. That's nice. No, Justin or Trevor. Trevor looks as happy as Dana did. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Uh-huh. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got emblazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Justin is such a mellow dude. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxer. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. That's funny. Our family never went well watching. It looks fun. I got you, babe. How apropos. But no fucking way. Oh, Gita. Whoa, can't you kiss me with Joyce? That's so perfect. To Joyce, best burgers and general vibe in Oregon. Further. Okay. Sehr gut. Den kenne ich nicht, den Typ. I forgot about the fishing wall of fame. Two Whale Diners Fishing Awards. Two Whale Diner Fishing Awards. Winners every month. Aha. Ein White Sturgeon, ein Steelhead Trout, ein Chinook Salmon. Alles klar. Riesige Fische sind das. Angeln war noch nie so meins, gebe ich zu. Was ist das? Drool. Want everything. Nom, nom, nom. Alles selbst gemacht wahrscheinlich, nehme ich mal an. Bist du denn? Ein Fischerman. Oh, die sind ja alle nett drauf, du. Eine seltsame Lady. Haha. Ich gehe dann mal. Ich kann mir das mit mir ausprobieren. Ja, ja, der Bigfoot. Von wegen, ne? Explode Wildwoods auf Arcadia Bay with respected Cryptozoologist Chuck Pierce Jr. Bla, bla, bla. Ja, da geht es nur um den Bigfoot. Wer es glaubt. Wer es glaubt. Oh. Oh, Mann. Ich glaube, das ist das gleiche Gumm aus, als ich hier vorhin war. Benutzt die Dinge überhaupt jemand aus den Automaten? Die waren früher schon eklig, als Kind. This guy has serious coronas. Join the Coasters all day sea adventure. Now chart a legendary seaman for your own ocean voyage. Jack Cousteau and his undersea worlds. Aha. You've seen him on TV, you read about him in the news. A local captain, fisherman and marine expert, bla, 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 bla. Oh, ja, gut. Die fahren halt raus. Und gucken sich das mehr an. Warum ist das so heißer Sound für ihn? Explode, Cadia Bay the right way. Discover exciting history on the high sea. Ja, da geht's halt nur darum, das ist so eine Touri-Ding. Touri-Attraktion einfach. Oh. Der Poster nennt sich nicht, dass die Studenten mit Schäden schlägt. Ja. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, die Blackwall. Was ist das denn hier? Kate Marsh, love you long time. Aha. Ja, ich bin Kate. Flasht bevor pissing auf dem Boden. Yum, yum, yum. That graffiti has been here forever. Was ist das? Rachel A. Jones. B. Das. Me a blowjob. Okay. Gross. So, das ist ja Mom. Aha. Cadia Gay sucks dick. Thank you, redneck poet. Was ist denn da? Fire. Ah, Firewalk with me. Das Fudo. Warum auch immer wir davon jetzt ein Foto machen konnten. Was haben wir? Compressed. Ein Achievement. Es fehlt noch der Donut, der Knochen, Schießen, der Kolben, die Person, das Reh und die 142. Gut. Dann haben wir es ja. Leute, wir haben Chloe zwar nicht mehr getroffen, aber einige interessante Gespräche gehabt, diesen Part. Oh, die Postkarten gucken wir noch. Ja, die sind alle ganz normal aus. Das ist das Kätzchen. Naja. Was haben wir noch hier? Gumball Stand. Irgendwas noch, was ich übersehen habe. Joyce vielleicht. Joyce, ich will mit dir reden. Die ist so beschäftigt. Oh, guck mal, die Torte hier. Oh, das ist alles selbst gemacht. Aber das ist alles Gift für die Figur. Ist das hier? Das ist auch ein Kuchen. Ich dachte eben, das wäre Fleischkäse. Das ist ein Marmorkuchen. Voll gut. Diese selbstgemachten Kekse und alles im Diner, Leute. Das ist, oh. Muffins backen. Könnte ich auch mal wieder machen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, für diesen Part reicht es. Ich wollte die Parts ein bisschen länger machen. Der nächste ist wieder ein bisschen länger. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier in die Booth gehe und dann Chloe kommt, dann wird es alles noch ein bisschen länger gehen. So ziemlich. Auf jeden Fall würde ich mich über Feedback freuen. Ich danke fürs Zusehen. Und nicht einschalten vergessen zu Life is Strange. Ich danke. Vielen Dank.